Ihr lieben Kölschen, Alaaf aus Köln-Nippes, das ist Robby Hunke, der Kommentator in Quarantäne. Ihr wisst schon, der Typ, der auf seinem Fenster hier in Nippes, Ecke Neusser, Kempner, alles so kommentiert, als wäre es ein Fußballspiel. Wir alle müssen im Moment Alternativen finden. Macht das Beste draus, habt noch ein bisschen Geduld. Bleibt zu Hause, hört kölsche Musik, lasst euch einigermaßen gut gehen, soweit das möglich ist. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich habe auch Bock, wieder in Köln-Ehrenfeld im Straßencafé zu sitzen oder durch die Südstadt zu schlendern oder in Nippes durch die Kneipen zu ziehen oder am Rheinauhafen zu sitzen und einen Happen zu essen. All das wird wieder kommen. Wenn wir jetzt an einem Strang ziehen, dann wird alles gut werden und dann zeigen wir der Welt, was Köln für eine super geile Stadt ist. Es gibt ja schon Fortschritte hier, für mich total wichtig. Die Friseure machen bald wieder auf. Bald kommt das Leben wieder zurück. Wir müssen nur noch ein bisschen geduldig sein. Passt auf euch auf und Grüße aus Nippes. Bis zum nächsten Mal.